Der Begriff Gnadenbefugnis bezeichnet das Recht, Gnaden mehrweise zu erteilen, das heißt, rechtskräftig verhängte Strafen zu erlassen, um zu wandeln, zu ermäßigen oder auszusetzen, es wird auch als Begnadigungsrecht oder Gnadenrecht bezeichnet. Die Begnadigung ist meistens Befugnis von Staatsoberhäuptern, die im Einzelfall Tätern die ihnen strafrechtlich zu erkannte Strafe erlassen. In dieser Praxis hat sich ein Rest des mittelalterlichen Gerechtigkeitsverständnisses erhalten, dass Autoritäten geltende Regeln willkürlich außer Kraft setzen können. Die entsprechende generelle Maßnahme ist als Amnestie oder Abolition bekannt. Der Begriff der Gnade impliziert, dass ein Verurteilter kein Recht auf Gnade hat. Der Gnadenherr kann willkürlich und ohne Angabe von Gründen über das Gnadengesuch entscheiden. Folglich ist gegen die Ablehnung auch kein Rechtsbehelf möglich. Im Rechtsstaat existiert lediglich ein Recht auf Anhörung und Prüfung des Gnadengesuchs. Rechtslage In den meisten Staaten, die ein monarchisches Staatsoberhaupt kennen, ist das Begnadigungsrecht ein Privileg dieses Staatsoberhauptes. Dies ist ein Trittischensrest des Absolutismus. In Republiken tritt an deren Stelle in der Regel der Staatspräsident oder das diesem entsprechende Organ. In vielen Verfassungen wird aber dieses Recht dadurch eingeschränkt, dass die Gegenzeichnung eines Ministers erforderlich ist, bisweilen werden vom Gnadenrecht des Staatsoberhauptes gewisse Delikte wie Straftaten oder Amtsvergehen eines Ministers und dergleichen ausgenommen, von der Zustimmung der Gesamtregierung oder des Parlamentes abhängig gemacht und dergleichen. In solchen Fällen könnte eine Begnadigung durch das Staatsoberhaupt als Begünstigung unmittelbar ihm nachgeordneter Person erscheinen. Amnestien sind dagegen in den meisten Ländern nur durch Gesetze möglich. Weil das Reichsstrafgesetzbuch von 1871 weitgehend das preußische Strafgesetzbuch übernahm, wurde damit die Todesstrafe in den Ländern wieder eingeführt, die sie schon abgeschafft hatten. Sie war als Strafe für Mord und für Mordversuch am Kaiser oder dem eigenen Landesherrn vorgesehen. Todesurteile fällte eine Laienjury. Ein einmaliges Berufungsverfahren war möglich. Danach konnte der Verurteilte im Fall des 211 seinen Landesherrn bzw. den Senat der jeweiligen freien Stadt um Gnade ersuchen, im Fall des 80 den Kaiser, sofern das Reich betroffen war. Erst wenn das Gnadengesuch ausdrücklich abgelehnt worden war, durfte das Urteil vollstreckt werden. Im heutigen Deutschland steht dem Bund das Begnadigungsrecht in Strafsachen zu, in denen erstinstanzlich in Ausübung von Gerichtsbarkeit des Bundes entschieden wurde. Zum Beispiel bei Staatsschutzdelikten wie der Bildung terroristischer Vereinigungen. Das Begnadigungsrecht für den Bund übt gemäß Artikel 60 Abs. 2 des GG der Bundespräsident aus, soweit die Verurteilung durch ein Bundesgericht erfolgt war oder Gerichte der Länder GEM. Art. 96 Abs. 5 GG in Organleihe Gerichtsbarkeit des Bundes ausgeübt haben. Da der Bund in Strafsachen über kein Eingangsgericht verfügt, klagt der Generalbundesanwalt in den Fällen, in denen er für die Anklage zuständig ist, beim Oberlandesgericht an, das dann materiell als Bundesgericht agiert. Der Bundespräsident kann die Gnadenbefugnisse gemäß Art. 60 Abs. 3 GG auf andere Behörden übertragen. Die Gnadenentscheidung des Bundespräsidenten ist nicht justiziabel, unterliegt somit nicht der gerichtlichen Kontrolle. Sie bedarf aber der Gegenzeichnung durch ein Mitglied der Bundesregierung. In der Regel ist dies der Bundesjustizminister. Unter dem Titel Das Begnadigungsrecht des Bundespräsidenten hat der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages unter anderem erklärt, Das Gnadenrecht hat die Aufgabe, Härten und Unbilligkeiten von strafgesetzlichen Entscheidungen auszugleichen. Er kann weitgehend nach freiem politischem Ermessen entscheiden. In den übrigen Fällen, das heißt in den Fällen, in denen ein Land oder Amtsgericht das Urteil gesprochen hat, liegt auch das Recht der Begnadigung bei den Ländern. Gemäß den Landesverfassungen wird es ausgeübt von dem Senat oder der Landesregierung oder dem Ministerpräsidenten. Auch die Landesverfassungen lassen meist eine Übertragung des Begnadigungsrechts zum Beispiel auf den Justizminister zu. Die Inhaber des Begnadigungsrechts haben ihre Befugnis in weniger bedeutsamen Fällen regelmäßig in Gnadenordnungen auf nachgeordnete Stellen übertragen. In der Regel auf die Vollstreckungsbehörde in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist die Gnadenstelle zuständig. Amnestien hingegen bedürfen eines Gesetzes. Ein aufsehenerregender Fall jüngerer Zeit war im Frühjahr 2007 DK Sekunden Gnadengesuch deswegen mehrerer Morde und Mordversuche zu fünfmal lebenslanger Haft sowie einer Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilten RAF-Terroristen Christian Klar. Klar wollte damit eine vorzeitige Entlassung knapp zwei Jahre vor Ablauf seiner Mindestverbüßungsdauer von 26 Jahren erreichen. Das Gnadengesuch war Anlass einer breiten öffentlichen Debatte über den heutigen Umgang mit der RAF-Geschichte in Deutschland. Im Zentrum der Diskussion stand auch die Frage, ob Reue und die Bereitschaft zur vollständigen Aufklärung der Straftaten, die viele bei Klar vermissten, notwendige Bedingungen eines Gnadenmehrweises seien. Am 7. Mai 2007 lehnte Bundespräsident Horst Köhler Klaas Gnadengesuch nach einer persönlichen Anhörung ab. Zu den Gründen äußerte sich Köhler nicht, obwohl dies in solchen Fällen üblich ist. Umstritten ist, ob eine gerichtliche Überprüfbarkeit der Gnadenentscheidung möglich ist. Dies wurde vom Bundesverfassungsgericht 1969 noch abgelehnt, da es eine bewusste Durchbrechung des Gewaltenteilungsgrundsatzes ist. Somit also der Rechtsschutz aus Art IVGG nicht gegeben sei. Eine insgesamt rechtliche Einordnung besteht bisher nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat dies offengelassen. Dagegen geht eine in der Literatur vertretene Ansicht davon aus, dass der Gnadenakt keinen rechtlichen Charakter hat. Das Begnadigungsrecht steht in Österreich unter anderem dem Bundespräsidenten zu. In der Schweiz ist die Begnadigung in Bundesstraffällen Sache der Vereinigten Bundesversammlung. In den übrigen Strafsachen der Parlamente der Kantone nur Bagatelldelikte können durch die Regierungen nachgelassen werden. Nicht deutschsprachige EU-Staaten Belgien. Der König ist zuständig unter Gegenzeichnung eines Ministers. Regierungsmitglieder können nur nach parlamentarischer Zustimmung begnadigt werden. Punkt Punkt Dänemark. Der König ist zuständig. Minister können nur mit Zustimmung des Parlaments begnadigt werden. Ministerielle Gegenzeichnung ist erforderlich. Estland. Der Präsident der Republik ist zuständig. Finnland. Der Präsident der Republik ist zuständig. Er entscheidet auf Gutachten des obersten Gerichtshofes in Frankreich. Der Präsident der Republik ist zuständig. Gegenzeichnung durch Premierminister oder verantwortlichen Minister ist erforderlich. Griechenland. Der Staatspräsident ist zuständig. Er bedarf eines Vorschlages und der Gegenzeichnung des Justizministers sowie des Berichts eines mehrheitlich aus. Richtern bestehenden Rates, Minister können nur mit Zustimmung des Parlaments begnadigt werden. Irland. Der Präsident ist zuständig. Das Gesetz kann weitere Stellen zuständig erklären. Der Präsident bedarf des Rats der Regierung. Italien. Der Präsident der Republik ist zuständig unter Gegenzeichnung eines Ministers. Lettland. Der Staatspräsident ist nach Maßgabe der Gesetzgebung zuständig. Ministerielle Gegenzeichnung ist erforderlich. Litauen. Der Präsident der Republik ist zuständig. Keine Gegenzeichnung ist erforderlich. Luxemburg. Der Großherzog ist zuständig unter Gegenzeichnung der Regierung. Begnadigungen von Regierungsmitgliedern setzen ein Ersuchen der Abgeordnetenkammer voraus. Malta. Der Präsident ist zuständig. Er bedarfe dazu eines Ratesgutachtens der Regierung. Niederlande. Der König ist zuständig nach Maßgabe der Gesetzgebung und auf Empfehlung eines Gerichtes hin. Ministerielle Gegenzeichnung ist erforderlich. Polen. Der Präsident ist zuständig. Keine ministerielle Gegenzeichnung ist erforderlich. Nachdem Präsident Angela im November 2015 den designierten Geheimdienstkoordinator Mariusz Kaminski, der erst instanzlich wegen Amtsmissbrauchs zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden war, noch vor Durchführung der Berufungsverhandlung begnadigte und dem Gericht mitteilte, dass das Verfahren damit eingestellt sei, wird in Polen darüber debattiert, ob der Präsident Personen noch vor ihrer rechtskräftigen Verurteilung begnadigen und damit der Strafverfolgung entziehen darf. Portugal. Der Präsident ist zuständig nach Anhörung der Regierung. Gegenzeichnung der Regierung ist erforderlich. Schweden. Die Regierung als Gesamtheit ist zuständig. Slowakische Republik. Der Präsident ist zuständig unter ministerieller Gegenzeichnung. Slowenien. Der Staatspräsident ist zuständig. Spanien. Der König ist zuständig. Ministerielle Gegenzeichnung ist erforderlich. Tschechische Republik. Der Präsident der Republik ist zuständig. Ungarn. Der Präsident der Republik ist zuständig. Ministerielle Gegenzeichnung ist erforderlich. Vereinigtes Königreich. Das Begnadigungsrecht steht theoretisch der Königin im Rahmen ihrer Prärogative zu. Gemäß allgemeiner Verfassungskonvention handelt die Monarchien. Ausschließlich auf ministeriellen Rat hin. In der Praxis übt das Begnadigungsrecht der Innenminister im Namen der Krone aus. Im Fall Rick V. Secretary of State for the Home Department. XP Bentley QB 349 entschied die Queens Bench-Division des Hohen Gerichts entgegen früherer Auffassung, dass das Begnadigungsrecht, Obwohl dem Minister ein weiter Ermessensspielraum zustehe, grundsätzlich justiziabel sei, Zypern, der Präsident ist zuständig, gegebenenfalls. Auf Vorschlag der Generalstaatsanwält. Das Begnadigungsrecht steht in Russland dem Präsidenten zu. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist nur in Bundesstrafsachen der Präsident alleine befugt, Gnaden erweise auszusprechen. Der Wortlaut der Verfassung lässt es dabei zu, dass Begnadigungen bereits vor erfolgter Verurteilung ausgesprochen werden können. Diese Kompetenz des Präsidenten war in zwei Fällen politisch umstritten. 1974 nach dem Rücktritt Richard Nixons vom Präsidentenamt im Zuge der Watergate-Affäre erteilte der nachrückende Vise-Präsident Gerald Ford ihm eine generelle Begnadigung für jegliches im Amt etwa began Genevergehen. Ford war im Oktober 1973 als Vizepräsident von Nixon selbst nominiert worden, nachdem Vise-Präsident Spiroté Agnew zurückgetreten war. Manche nahmen dies zum Anlass, Ford zu kritisieren. Die Begnadigung des Unternehmers Mark Rich, den die US-Justiz jahrelang vergeblich verfolgt hatte und dessen Auslieferung durch das Bundesgericht der Schweiz abgelehnt worden war, Durch Präsident Bill Clinton kurz vor dem Ablauf seiner Amtszeit stieß auf Kritik sein Nachfolger George W. Bush wurde aufgefordert, diese Begnadigung rückgängig zu machen, was aber vermutlich nicht zulässig gewesen wäre. Bush äußerte, es gelte dieses Recht des Präsidenten auf lange Sicht zu schützen, deshalb könne es nicht in Frage kommen. An der durch Clinton erteilten Begnadigung zu rütteln, in den US-Bundesstaaten gelten weitgehend ähnliche Regelungen wie für die Bundesebene. In aller Regel sind die Gouverneure der Staaten alleine zuständig für Gnadenmehrweise. In einigen Verfassungen gibt es Ausnahmen für bestimmte Straftatbestände oder bestimmte Kategorien von Tätern, deren Begnadigung die Zustimmung der Parlamente, Regierungen einer besonderen Kommission oder dergleichen erfordert. In manchen Staaten gibt es auch Gnadenausschüsse oder Kommissionen, die den Gouverneur beraten. Besonders geregelt ist das Verfahren der Gnadenehrweise in Texans. Der Gouverneur kann ein Gnadengesuch nur ablehnen oder einen befristeten Aufschub gewähren, in diesem Fall geht das Gesuch an eine besondere Kommission, deren Mitglieder teils vom Parlament gewählt, teils vom Gouverneur ernannt sind. Nur auf Antrag dieser Kommission kann der Gouverneur ein Gnadengesuch endgültig bewilligen. Ein erfolgreiches Gnadengesuch muss deswegen vom Gouverneur in einem Vorentscheid bewilligt, von der Kommission genehmigt und wiederum vom Gouverneur bestätigt werden. Die USA sind ein Staat, in dem relativ häufig die Todesstrafe verhängt wird. Zur Vielzahl von Begnadigungen sei erwähnt. George Ryan, Gouverneur von Illinois, begnadigte im Januar 2003 wenige Tage vor Ende seiner Amtszeit alle in seinem Bundesstaat zum Tode verurteilten. Laut einer Studie wurden Weiße deutlich häufiger begnadigt als Schwarze. Begnadigung bedeutet nicht immer Freilassung. Z.B. Wurde ein Deutscher inhaftiert seit 1987 und 22 Jahre lang in einer Todeszelle, 2010 begnadigt zu lebenslanger Haft. Einzelbelege Hania Siebenpfeifer Böselust Gewaltverbrechen in Diskursen der Weimarer Republik Bölau Fien 2005 ISBN 3-4121-75056S 30 eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche A.B. Anja eiert Sarah Burhenien Das Begnadigungsrecht des Bundespräsidenten HSG Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages 2007 Haftentlassung von Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar Kriminalpolizei abgerufen am 28. Dezember 2010 Volltext Volltext ad 87 Vorletzter Satz Po concedere gratia e comuta elepene Polen Verfassungsrechter über Polen Das hat Revolutionscharakter Taz vom 8.4,2016 Http.com www.taz.de Schrägstrich Ausrufezeichen 52900006 Schrägstrich Präzident Nutzadem Gazeta Y-Bots A vom 31.3,2016S Volltext Constitution.ru Vorlage Internetquelle Wartung Zugriffsdatum nicht im ISO-Format Vorlage Internetquelle Wartung Wartung Datum nicht im ISO-Format Daniel Brössler Czodorkowskis Freilassung Häftling von Putins Gnaden In Süddeutsche.de 22. Dezember 2013 Abgerufen am 16. Dezember 2014 Vorlage Internetquelle Wartung Zugriffsdatum nicht im ISO-Format Vorlage Internetquelle Wartung Datum nicht im ISO-Format Jubel und Empörung nach Begnadigung von Todeskandidaten In faz.net 12. Januar 2003 Abgerufen am 16. Dezember 2014 Christiane Oelrich Weiße werden in den USA deutlich öfter begnadigt auf www.t-online.de 5. Dezember 2011 Deutscher Dieter Riechmann darf Todeszelle verlassen Auf www.augsburger-allgemeine.de 14. Mai 2010